Herzlich willkommen zu den paar Minuten, wie wir miteinander mit der Bibel und dem Samenstoff verbringen wollen. Es ist eine große Freiheit für mich, euch begrüßen zu dürfen, um ein großes und wichtiges Thema, ganz besonders in dieser Periode, mit euch zu teilen, nämlich die Glaube. Was ist Glaube? Man könnte eine große Theorie darüber machen, was die Glaube ist. Ich sage zum Beispiel durch Theologiestudie, wie ich gemacht habe und wie viele von meinen Kollegen gemacht haben, was finde ich dort auch ein bisschen von euch. Glaube ist dies und selbe. Man kann es in den Büchern lesen, man kann es von den Büchern erfahren, man kann die Bibel durchlesen, von Anfang bis Ende und ein paar Versen drüben nehmen und über die Glaube zerreden. Man kennt eine große Definition, wenn auch ein Bibel bei Echtheim haben, kann er noch zum Beispiel den ganzen Kapitel 11 vom Hebräerbrief lesen. Es ist nur mehr, dreht in dem ganzen Kapitel vom Glaube. Aber Glaube ist keine Theorie, Glaube ist eine Erfahrung. Und die Erfahrung können wir machen und ich würde es euch erklären, ganz einfach mit einem kleinen Gehestand, wie ihr Oli kennt, haben Oli schon einmal benutzt, um zu verstehen, dass die Glaube jeder von uns davon lebt und dass jeder von uns auch die Glaube erfahren kann. Dann stelle ich vor, es ist Samstag, es ist nicht Sonntag, gewöhnlich, es ist ich am Sonntag, es ist ein bisschen müde wie am Samstag, es kommt drauf an, ich bin müde. Und da steht jetzt dort ein Stuhl. Wenn ich jetzt müde sehe und einen Stuhl sehe, was kann ich machen? Ich kann eine große Theorie über den Stuhl machen, ich kann einen bewundern, ich kann einen betrachten, ich kann sagen, der Stuhl, der scheint ziemlich stabil zu sehen, der hat vier Füße. Es fehlen keine Schreiber, es fehlen keine Nägel, er scheint richtig stabil zu sehen, probiere einmal auf einem Stuhl zu sitzen, wie wenn man zwei oder drei Füße hat, und fahre noch eine Bolle auf den Haus. Also, man könnte eine Theorie über den Stuhl machen, aber issen mit, was mache ich? Weil ich lebe, ich lebe vom Klaven allein, was mache ich? Ich mache es, und das mache mir jeder da. In hundert verschiedenen Situationen basiert, weil ich stelle mir keinen Freude. Ich mache die Erfahrung, dass wenn ich mich jetzt da hinsetze, dass der Stuhl, auch wenn ich ein gewisses Gewicht habe, dass der Stuhl mich hebt. Er ist stabil genug. Und ich brauche nicht lange zu überlegen, überhebt oder nicht erhebt. Und man lebe, das ist die Erfahrung, wie wir machen, man könnte jetzt zum Beispiel das Licht anmachen, man bräuchte gerade auf den Knob trinken, mit der Gewissheit, wenn man auf den Knob trinkt, und ihr natürlich auch Stromfaktüren bezahlt hat, dass das Licht kommt. Das ist klar. Es gibt ein Vers in der Bibel, wie ganz einfach zu verstehen ist, wie Jesus uns geht im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 11. Jesus sagt, Kommet her zu mir alle, die ihr müde oder mühselig, das ist eine Old-Luther-Übersetzung, die ihr mühselig und beladen seid, wenn ihr müde seid. Ich will euch erquicken. Erquicken ist ein deutsches Wort, wie man viel Lichter-Titze das nicht mehr so richtig verstehen. Erquicken ist nämlich ganz einfach Friede oder Ruhe schenken. Er will uns, wie der Psalm 23 sagt, uns auf grünen Auen führen, ins Gras legen. Er will uns zum frischen Wasser bringen, damit wir deine Friede und die Ruhe kriegen. Aber er sagt etwas ganz Wichtiges. Er kennt auch eine Theorie, die wir machen. Ja, der Herr will uns Friede schenken, ganz besonders in dieser Periode, wenn es uns schwer geht oder wenn wir es schwer zu tragen haben. Die Theorie ist, ja, er kennt. Aber die Glaube ist etwas anderes. Die Glaube ist das erste Teil, von dem Vers zu leben. Was sagt er, Jesus, kommt her zu mir alle. Das ist der Schritt, wie ich machen muss. Oder wie ich machen sollte, zu Jesus zu gehen. Und mich ganz einfach, so wie ich bin, so wie ich bin, zu ihm zu kommen. Und er gibt mir das Versprechen, wenn ich deine Glaube habe und wenn ich deinen Schritt mache, zu ihm zu kommen, gibt er mir die Friede, die Freiheit, die Gnade, die Vergebung und die Ruhe zurück. Das ist klar, einen Schritt zu machen, sich auf dem Stuhl zu sitzen, ohne nur zu denken, ob er uns hebt, den Schritt zu machen, zu Jesus zu gehen und in unser ganzes Leben anvertrauen. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr ein schöner Tag miteinander, vielleicht auch mit eurer Familie, wenn es möglich ist, verbringen können. Ich wünsche euch auch ein schöner, angenehmer und ganz besonders ein gesegneter Sonntag. Und ich gehe euch Rendezvous nächste Woche, am nächsten Samstag, wieder vor ein paar Minuten mit der Bibel. Schöner Tag, euch alle.